Die duale Berufsbildung ist eine Stärke der Schweiz und das ERP ist eine Stütze dieses System auf nationaler Ebene. In diesem Sinne, wir haben ein Observatoren, die die Tendenzen in der Berufsbildung, in moyen und langer Ebene. Wir sind für Sie, in der ganzen Schweiz. Wir sind für uns, in der KMU-Wirtschaft, ein wichtiger Dienstleister, der Berufsverbände und Organisationen der Arbeitswelt unterstützt. Im Bereich der Ausbildung von Lernenden, in der Unterstützung von den Berufsschulelehrern und in der fachlichen Dienstleistung. In der Berufsbildung, wir studieren die professionelle Formation professionelle in ihrem Sinne. Wir entwickeln vielem Forschungen, die nicht nur die KMU-Wirtschaft auf die Bildung der Berufsbildung, sondern auch in einem mehreren Bereich, im Bereich der Bildung der Fachkräfte der Berufsbildung. Die anderen sind sehr unterschiedlich, weil die Diagnostik ist eine unige. Dann können Sie nicht die... Der Vorteil des Zentrum für den Bewerbungen des Wettbewerbs ist es ein Unterstützung für alle Fasen des Prozess, überall in Suisse, und das ist unig. Die Lehrerinnen sind eine große Herausforderung für die Qualität der professionelle Formation in Svizzera. Unsere Institution unterstützt sie in ihrem Ziel, indem sie pädagogisch-didattische und solide basen, mit großem Blick auf den digitalen Wettbewerb. Dieser Kurs von Formation presso der UFB wünscht mir die Instrumente, um mich in meiner Profession als Lehrerin zu verbessern und mir die Möglichkeit, mich mit anderen Kollegen und Lehrern zu konfrontieren, eine Erfahrung, die sehr interessant und konstruktiv finde ich. Hier am EHB mache ich die Führungsausbildung, weil ich als Abteilungsleiter mich mit Themen wie Führung, Innovation und Gestaltung der Schule auseinandersetze. Unsere Führungslehrgänge am EHB sind ganz klar auf Berufspraxis ausgerichtet. Wir unterrichten Ihnen heute das, was Sie morgen im Geschäft brauchen. Die Führungsausbildung und Entrennung haben wir die Führungsausbildung und Entrennung in der Schule gewonnen. Wir sind Ihr Partner für die VET-Developpement in Ihrem Land oder der Organisation. Untertitelung des ZDF, 2020